Wir haben eben gehört, wie funktioniert das Gehirn. Sehr spannend. Wir haben gelernt, was ist der Unterschied von Gehirn zum Computer. Wir haben ja Neuromarketing und unser Anspruch ist immer Marketing und Wissenschaft zusammenzubringen. Deswegen habe ich wissenschaftliche Unterstützung in Form von Dr. Ralf Stürmer und ich bin etwas stärker an dem Marketing-Thema dran. Marken messen, Markenwerte messen. Die Frage ist, was ist eigentlich eine Marke? Auto ist ein Thema, das verfolgt uns den ganzen Tag schon, habe ich gesehen. Was ist das für eine Marke? Sie erkennen es wahrscheinlich. Keiner traut sich. Porsche, richtig. Was ist das für eine Marke? Marlboro. Richtig erkannt, Sie haben kein einziges Mal ein wirklich vollständiges Logo gesehen. Sie haben auch keinen Schriftzug gehabt, aber trotzdem konnten Sie die Marke sofort identifizieren und hatten auch ein Gefühl, sage ich jetzt mal. Ich habe hier mal eine Definition mitgenommen von Ash. Marken sind Vorstellungsbälder in den Köpfen der Konsumenten, die eine Identifikation und Differenzierungsfunktion übernehmen und damit auch das Wählverhalten prägen. Wir können auch vereinfacht sagen, Marken sind emotionale Konstrukte im Kopf. Und emotionale Konstrukte im Kopf ist auch etwas Wichtiges, denn in den Köpfen der Kunden muss die Marke sein. Wenn ich jetzt mal aus einer reinen Marke denke, ich habe jahrelang selber Marken führen dürfen in der Industrie, dann hatten wir immer ein sehr klares Bild, wer sind wir denn? Wer wollen wir denn sein? Und die Marken, die großen und die starken Marken haben eigentlich auch immer Markensteuerungsinstrumente, wo ganz klar drinsteht, wer bin ich, wie möchte ich sein? Das Problem, das wir haben, ist, Ihre Kunden lesen keine Strategiepapiere. Die haben sie meistens nicht und wenn sie sie hätten, würden sie sie auch nicht interessieren. Das heißt, uns interessiert, wie kommt das, was die Marke eigentlich sein will und für was sie stehen will, das Gefühl, das sie quasi auslösen will, wie kommt das in die Köpfe der Kunden? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich mal anzuschauen, wie das passiert. Wir können über Zielgruppen sprechen. Wir können aber auch über Kanäle sprechen, über sogenannte Touchpoints in Neudeutsch. Wie erreicht die Botschaft und das ist der dritte Punkt, wie erreicht die Botschaft den Kopf der Kunden oder den Endverbraucher und lassen Sie uns mal über Zielgruppen sprechen. Kurz vor Mittagessen blende ich mal was ein. Das ist etwas, was viele anspricht, aber eben nicht alle und das ist auch etwas, was Leute anspricht, aber auch nicht alle. Das heißt, wir müssen uns überlegen, haben alle Menschen dieselben Präferenzen, haben alle Menschen dieselben Vorlieben, sind alle Menschen gleich? Wir glauben nicht. Der Hans-Georg Häusl hat die Limbic Maps schon kurz vorgestellt, deswegen blende ich hier nur schnell ein. Wir haben sieben Limbic Types identifiziert oder sieben Dimensions- und Wertecluster, die wir dann in diese sieben Limbic Types überführen. Und auch hier an dieser Stelle nochmal, lassen Sie sich gerne typologisieren. Das wird anonym gemacht, keine Angst, aber Sie kriegen dann auch ein nettes Blatt, wo draufsteht, welcher Type Sie sind und was das dann bedeutet. Wir haben jetzt mal zwei Types uns ausgesucht, das wird für die Studie wichtig, die wir zusammen gemacht haben. Wir haben mal den Disziplinierten genommen und der Disziplinierte, Sie sehen es an den Moodboards hier an den Bildern, das ist jetzt nicht so die Lieblingszielgruppe der Agenturen. Die sind eher so ein bisschen asketisch unterwegs, die sind auch irgendwie sehr vernünftig, die halten sich für sehr kühle und rationale Rechner. Also die würden selber behaupten, ich bin der Homo Ökonomicus, der Nutzenmaximierer, ich weiß immer ganz genau, was ich tue und was ich will. Wenn wir die uns mal im Detail anschauen, dann sehen wir, die sind leicht männlich, also zu 53 Prozent sind da Männer in dieser Zielgruppe. Woher wissen wir das? Aus der Best for Planning Studie, da sind 30.000 Interviews jedes Jahr drin und da sind wir mit den Olympic Types hinterlegt. Und wenn Sie sich mal die Kerze auf der Geburtstagstorte anschauen, dann sehen Sie so ein bisschen, wie die von der Altersstruktur sind. Also eigentlich geht es so ab 30 los und dann munter hinten raus. Ich blende Ihnen unten nochmal die Affinitäten ein, damit Sie sehen, wo diese Zielgruppe überproportional und unterproportional vertreten ist. Also zwischen 40 und 49 stark überproportional und noch viel stärker zwischen 50 und 59. Das sind die Disziplinierten. Als Gegenpart haben wir uns ausgesucht die Hedonisten. Und jetzt wird es schon für Werbeagenturen angenehmer. Das sind nämlich junge Menschen, die sind konsumaffin. Die sind so konsumaffin, dass sie meistens gar kein Geld mehr haben, noch mehr zu konsumieren. Und dann verschulden die sich so ein bisschen. Aber das ist so diese mit den offenen gemeinsam die Zielgruppe, die man in der heutigen Werbung eigentlich gerne sieht und inszeniert bekommt. Da geht es um Spaß, um Abwechslung, Kreativität, Neugierde. Auch wichtig zu verstehen, dass es da auch ältere Menschen gibt. Unten der Mann auf dem Longboard, das sieht man jetzt nicht mehr so gut, der wahrscheinlich an Venice Beach lang surft. Wie sind die zusammengesetzt? Wir sehen hier knapp 58 Prozent Männer und knapp 42 Prozent Frauen. Aber spannend wird es, wenn Sie sich wieder die Kerzen auf der Torte anschauen. Wir haben hier unterschiedliche Affinitäten. Und hier sieht man ganz klar sehr stark überproportional zwischen 14 und 29. Also eine sehr junge Zielgruppe. Aber es gibt sie noch, die alten Hedonisten. Einer sitzt hier unten in der ersten Reihe. Ich sage nicht, wer es ist. Der ist über 60 und gehört zu den fünf Prozent Hedonisten, die in diesem vorletzten Cluster drin sind. Wenn wir jetzt über den Weg von dem Markenbild zu den Köpfen sprechen, lassen Sie uns mal über die Touchpoints sprechen, über die Medienkanäle, über die Möglichkeiten, mit Zielgruppen in Kontakt zu treten. Und heute fühlt man sich ja so ein bisschen wie der arme Mann, der hier vor diesem Wall of Confusions steht. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Die Welt ist wahnsinnig komplex geworden. Wir können sehr, sehr viele Touchpoints wählen. Durchschnittliche Touchpoints-Universen sind bis zu 200, 300 Touchpoints groß. Davon wissen wir aber, es sind eigentlich nur 20 oder 30 relevant. Jetzt ist es so, zu überlegen, wie diese Touchpoints wirken. Die haben einen emotionalen Werteraum. Die haben einen Resonanzraum. Und ich blende Ihnen mal hier Zeitung ein. Tageszeitung. Tageszeitung ist was sehr Diszipliniertes, Kontrolliertes. Das reglementiert oder ritualisiert Ihren Tag. Es gibt Zielgruppen. Die Disziplinierten gehören dazu. Da ist der Tag schon gelaufen, wenn die Tageszeitung aus dem Briefkasten geklaut wurde. Weil das ist einfach das, was seinen Tag mit in eine gewisse Struktur bringt. Wir haben TV. TV ist ein sehr konsumierendes Medium. Ich lege mich im Fernsehsessel zurück. Das mache ich meistens zu Hause. Ich rede jetzt noch nicht über Bewegtbild auf Tablet. Und ich habe oben so ein Zapping-Modul, wo ich mir Abwechslung hole, indem ich durch die Kanäle surfe. Und wir haben mit Zeitschriften ein sehr gelerntes, tradiertes Medium. Ich kenne den Geruch. Ich kenne die Haptik von Zeitschriften. Ich weiß auch, was Zeitschriften sind. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin damit groß geworden. Und letztendlich kommt das Internet als relativ neues Medium dazu, das eine sehr klare Funktion zwischen Stimulanz und Dominanz hat. Wir haben da wahnsinnig viel Abwechslung. Wir haben wahnsinnig viel Content Entertainment. Wir haben aber auch das Thema Wissenseffizienz. Ich möchte jetzt erst mal zunächst über Zeitschriften sprechen, weil die beiden haben wir uns für die Studie rausgesucht. Und der Ralf Stürmer wird Ihnen dann die Ergebnisse zeigen, die finden wir sehr spannend ist, gerade im Bereich Digital. Ist digital gleich digital? Das ist die Frage. Was macht Print so wirkungsvoll? Und wir haben mal ein paar Studien recherchiert. Da gibt es schon sehr, sehr viele. Print ist multisensual. Und durch diese Multisensualität können wir Print anfassen. Wir können es riechen. Wir können es hören, wenn die Seiten blättern. Es bekommt eine ganz andere Verinnerlichung. Und wir verarbeiten Print viel intensiver und Print wird auch, sage ich mal, stärker erinnert durch diese Multisensualität. Es gibt noch weitere Vorteile von Print. Es ist eben, wie ich sagte, emotionaler, weil multisensual. Es ist aber auch userfreundlich. Sie können Ihre Zeitschrift mit an den Strand nehmen und haben nicht Angst, dass da Wasser oder Sand dran kommt. Oder Sie können sie falten und in die Tasche stecken. Print entspannt und baut Stress ab. Die Studien haben wir jetzt nicht mehr gezeigt aus Zeitgründen. Also Print hat etwas Relaxendes, wenn Sie so wollen. Etwas Vertrautes, etwas Heimeliges. Und letztendlich vermittelt das damit auch Sicherheit und Geborgenheit. Weil ich kenne das Medium. Es ist so ein vertrautes Medium. Wir sprechen bei Print auch vom sogenannten Flaniermodus. Ich blättere die Zeitschrift durch und schaue mir an, was die Redakteure für mich ausgewählt haben. Das ist wie so ein gemütlicher Schaufensterbummel, wo ich mich quasi berieseln lasse. Da, wo es interessant wird, bleibe ich stehen und lese den Artikel. Da, wo es nicht so interessant ist, blätter ich weiter. Ganz anders, wenn wir uns anschauen, ich klicke nochmal hier durch, das Internet. Wenn wir uns das Internet anschauen, werden wir etwas anderes feststellen. Digital hat ganz andere Stärken. Digital ist immer sehr aktuell. Denken wir an die modernen Nachrichtendienste, Twitter und Co. Das heißt, wir kriegen sehr schnell Aktualität. Wir haben aber auch Vielfalt und wir haben damit auch eine gefühlte Kontrolle und Durchsetzung. Das heißt, wir haben so eine Art Wissenseffizienz. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und letztendlich der Gegenpart zu dem Flaniermodus, den ich eben bei Print erwähnt habe, gerade bei Zeitschriften, ist im Print dieser Goalmodus. Goalmodus heißt, ich habe eine konkrete Idee, ich habe eine konkrete Aufgabe, ich habe ein konkretes Ziel. Wer kennt jemanden, der sagt, ach, ich gehe mal schnell ins Internet und gucke, was es Neues gibt. Das gibt es ja eigentlich nicht. Kein Mensch geht einfach mal so online, um zu gucken, was es denn alles so gibt, sondern man hat gewisse Ideen und Vorstellungen und sucht das dann. Letztendlich haben wir wahnsinnig viel Abwechslung und Entertainment und auch eine unbegrenzte Interaktivität. Aktivität. Und wir haben eine Chance, ein Netzwerk. Wir nehmen uns eine Chance, ein definitely體 und brenz Wir nehmen uns auf das We campo